zombie apokalypse jo leute willkommen in weiteres video clash world heute werde ich mir was richtig cooles gucken ja ihr wisst ja ich habe ja ein super magietro bekommen aber das werde ich mir nicht holen wir werden heute ja wir werden uns heute im prinzessin kaufen ich möchte irgendwie alle legendäre haben damit ja ist besser wenn man lieber alle karten und hier dafür brauchen wir ein bisschen gold aber auch ein bisschen juwelen ich werde mir erst mal jetzt kaufen die 1200 jams sollten reichen ist auf kaufen stetigen und ja dann kaufen wir uns 40.000 gold jetzt haben wir 2200 juwelen wir werden jetzt uns vier mal kaufen 1234 40.000 gold leute das mal wunderschön und ja wir können uns einmal den prinzessin kaufen wir haben jetzt 206 schirms und bevor wir es kaufen wenn wir noch kurz gold rufen nice wir haben den schweinreiter bekommen das sehr gut okay wir kaufen uns den prinzessin in drei zwei eins jetzt okay ich habe noch kurz ein screenshot gemacht weil ich mich jetzt erinnerung behalten hier sehen wir wir haben den prinzessin wir haben jetzt fünf legendäre 1 2 1 2 3 4 5 6 okay wir haben doch sechs legendäre ich dachte jetzt wird uns noch den lumberjack frithof und den sparky morgen kommt tornado raus da freue ich mich sogar schon und ja ich weiß nicht im ding was wir hier machen ich weiß nicht wie kann man auch sehr sehr gut gebrauchen aber ich habe schon den sap und den kampf und den prinzessin und maria ich glaube ja so sollte es mal sein wir probieren ist erstmal aus mit einem wunderschönen kampf ich freue mich eigentlich mal den prinzessin zu haben und ja schade dass die funke nicht da ist wenn funke da ist dann werde ich mir irgendwie versuchen ja 40.000 gold auf 40.000 aufzuladen wenn erstmal jetzt noch kurz gucken was wir jetzt machen jeder kommt euch mal mit damit das ist unsere erste prinzessin oh mein gott er wollte den prinzessin töten das hat ja auch gut geklappt das sieht sehr sehr gut aus nein nein oh mein gott oha welche levert hat denn auf alles ohne witz gucken wir euch das an leute dann mache ich mich an unten nicht schlecht ich mache jetzt mal hier weiter das war knapp bevor sie gestorben ist nein wie die prinzessin ich dachte sie starker naja egal ist nicht schlimm ich habe wenigstens plus ein mehr legendäre karte das ist schon mal gut man Englisch man man wenn es mal versuch defensiv zu spielen oh mein gott das sieht sehr sehr schlecht aus können wir noch einmal eine prinzessin sitzen können wir haben heute sogar oder jawohl okay ja und so haben jetzt auch den prinzessin ich freue mich sogar sehr wann wir den super magic chef zu öffnen weiß ich noch nicht ich werde erst mal gucken ich will nicht sofort alles zu öffnen aber ich will noch die spannung halten und ja ich glaube die ukule ist sogar auch da ich mach mal kurz kurz ich bin jetzt zurück die ukule ist jetzt gerade neben mir aber ich bin jetzt mit damit in videoaufnahme wenn es euch gefallen hat dann lasst bitte ein ab und ein lecker haut rein leute eure gleichgänger und tschüss